Zwei Ausschläge, die nicht das Ziel erreichen hier beieinander. Und zwei starke Riempfels von Thülkeslinger. Der den Satz mal ganz schnell, ganz in eine nach Hause gebracht hat. Und so war der Mark im ersten Satz richtig stark. So muss das sein. Wenn es beim einen nicht klappt, muss der andere auch entsprechen. Das ist doppelt. Vielen Dank.